2022 23 tops chrome bundesliga pika team case break nummer 8 teams sind auf der rechten seite viel glück jungs ja auch hier war cool ja immer schöner wenn man sich persönlich mehr kennen also ich kann so viel viel glück mr wenger guckt um die ecke extra für roman die kamera wieder ausrichten also feines color break team draft color break jungs ist eigentlich ein cooler break hatte haben wir jetzt 25 oder so hat eigentlich immer bock gemacht weil das ja war eigentlich immer cool viele bunte karten dabei dass jeder spot wie so superfaktor red gelieb und orange wird noch nicht abstehen so 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 Das war's für heute. wir starten mit alidu insert für frankfurt wir haben reflektor marco friedel für brem dann haben wir guter insert durch reflektor wir haben schlotti reflektor erbohne ist lucas hernandes und patrick schick das ist pink wave 75 reflektor es kieri und wir haben weiter für mainz 275 dem ihr reflektor lena insert und wo gesandt ist für glattbach auf 299 reflektor und das ist auto für jonathan burkhardt auf 75 dual auto mainz boom wow da habe ich ja gar nicht mit gerechnet jetzt du laut ob ich habe stark gar nicht gesehen du auto für mainz läuft für dich mike braucht man doch bestimmt für das master setter erste box dual auto läuft bei nun geht es zu dort und insert musiana insert money refractor das war es für box nummer 1 überraschenden hit 3 2 3 4 5 also ich habe nie gesehen aber die hätte ich gerne abgespeichert aber noch keine gesehen vielleicht nur eine wundervoll oder so die anderen habe ich alle bisher irgendwie mal mit gesehen gesehen aber hier wochen leipzig kann ich ja nicht von erinnern bestimmt wir starten mit hat gern reflektor wir haben insert neuhaus der wiper insert bei no gettens insert tuta frankfurt insert und für leverkusen glaube ich auf 180 leveling reflektor kenny green für hertha auf 99 wir haben doran reflektor wann man 275 für stuttgart perfekt das leid wir haben top 11 bb für hoffenheim das auto bischof auto halt noch mal bettinewitsch refractor holtmann mit insert ulrich reflektor auto schauen wir mal hier kriegen warum es ist niklas dorsch für augsburg auto auf 75 hinter stefan niklas dorsch mit column laut hin 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 Das war's für heute. Das war's für heute. nächste box wie glück mit castanars inseln und da kommt schon das auto jeder reflektor inseln wir haben die luka netz reflektor glattbach und so für frankfurt auf 180 wir haben zu ramo 250 exaktor glattbach noch mal dann haben wir riemann reflektor durch auf 275 für augsburg sie war traktor da ist wunders of time eine pro kann die bremer hat es doch gelohnt ja gut ohne auto mit autobeschön wunders of time an die bremer sehr cool die mit autobeschön weiter geht's mit reflektor sanchez glattbach wir haben was ich mit frektor jahre gut die insel panne insel terror der reflektor inser des bischof für hoffenheim anton erwohnt insel für stücker das ist green auto und zwar für glattbach joe scali green auto auf 99 für mike und ritter joe scali so 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 ich habe einen Sonorefractor und ein kunko leipzig x-factor zu 50 232 30 ja insert auto k insert alphonso davis vier von fünf für die bayern red refractor boom andreas war weiß jetzt alphonso davis vor über meint sich beschwert hat kommt jetzt eine bayern karte wow nice it all right just also bellingham refractor danny olmo insert sanchez refractor of agoo so retractor so was i insert marco voice insert to saw refractor süderinzert gold kevin schade für freiburg 50 gold refractor so 50 richtig 10 von 50 sogar was sage patrick schick reflektor pink auto linton meiner 150 köln ist mag köln ist mag krång ab köln wit köln kal köln kal Es ist sehr schön. meine klox alle osterhagen reflektor wir haben hier bremen auf 75 dann haben wir der rolle koppel für schalke auf 2,99 lämpe refractor wir haben von jucani auf 230 härter geht ins tuta insert viper insert wird insert roter refractor nicht der stark airborne insert hassebe refractor wunders of time auto der wunders of time auto denke ich mal fast diese thomas mike das gute chancen briefe zum bischof wunders of time ich glaube dortmund sommer ist drin jetzt noch drin ich habe ich vergessen jetzt bin ich mal gespannt wir haben dortmund das ist dort muss es ist matthias sammer für den bvb auf 50 boom nice mark oder jawohl mark und bereits mag sehr schön hat matthias sammer wonders of time autografe klose war auch drin um man schon fast vergessen das wäre auch der beckenbau wäre natürlich auch nicht schlecht gewesen davon abgesehen aber nettes geht es bisher nur eine goldrefractor kevin schade ja ich finde es ist so die 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 Ja, danke. Leider haben wir echt nur Sommer erwischt, ne? Beckenbauer wäre schon geil gewesen, oder Schlose. Das ist das erste Auto, was wir aus dem Sektion haben, oder? Das ging in 8 km sicher. All right, weiter geht's, Schimalkan, insert. Wir haben ein Refractor, green, Itakura für Gladbach, 299 auf 99, Itakura. Hosek auf 75, Pink, Bischof insert, Romano Schmidt, Roman Schmidt, boom, auf 275. Martel Refractor, Mecha Refractor, Richter insert, Polter Refractor, Beino Gittens insert, Wir haben Wirts Refractor, Wanner insert, Silas insert, Anton Stach Refractor. All right, Auto. Wir haben ein Gold-Auto, glaube ich, oder Orange, ne, Orange-Auto könnte es sogar sein. Das Orange auf 25, für Wolfsburg, Pejtinovic, 5 von 25, Wolfsburg-Esel, Lemieux, nice. Auf 25, wenn ich da jetzt mal für die Wundersoft zählen. Wir haben aus Br 절대 in einem neuen Besuch... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. All right, here we go, next box, Lubecic Blue for Köln, 180, Guardiola Refrector, Adeyemi, Köln, 230, Osterhage Insert, Hernandez Insert, Itakura Refrector, Castanaras Insert, Wirts Insert, Viper Refrector Rookie, was ist aus dem geworden, aus Viper? Ja, eine super wäre echt cool, würde ich jetzt feiern. Kenny, Griffo, Zuzla Insert, Vargas Refrector, Blue, Purple Delict, 299, 299, Bayern, Holwander Insert, zum Kraus Refrector, La Con Insert, My autograph is based, I think? äh, Lauren Ulrich auf 165 für Stuttgart, Simon. Ja, Lauren Ulrich auf 165 limitiert. Zum. 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 Vielen Dank. Das war's für heute. All right, nächste Box, für Glück, Lucanets Purple 299 Klapper, Refractor Colum 1E, Rookie. Wir haben Terodder für Schalke auf 2,50 Klapper, Martel Rookie, äh, Insert, Hofmann, ne, Hofmann, für Bochum auf 2,75 Klapper, Skelly, Refractor, Stark Insert, Schimakan Insert, Castanaras Refractor, Richter Insert, Afonso Davies Refractor, Scherhand Insert, Diaby Refractor, Auto, Alidu, Insert, Silas Insert, Anemaya Refractor, Auto, ja, based auto, was ist das gleich vor, Mafropanos, nochmal Stuttgart, nochmal Simon, nice, Dinos, Mafropanos, nice, War die nummeriert? Nein, leider nicht. Justine... Quando sagen los mituntert, Scherhandaporase? Jesus mituntert... Wir können uns mituntertие und vorstellen. Es P Wheels... Es ist sehr schön. Das war's für heute. nächste box hier wachsen haben wir noch in stadt mit haraguchi gold reflektor 50 für stuttgart noch mal simon wir haben ruhig stuttgart mal wieder auf 275 die ist auf 180 wir haben sowas bei insert tux refractor haraguchi insert sedilla sanchez insert auto salazar insert david raum refractor becker refractor mit autograf pink auto pink auto for benjamin heinrich leipzig pink so 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 3 Boxen haben wir auf 99 für die Bayern Polvano Refractor Navropanos Refractor Stiller Refractor Neuhaus Insert Osterhage Insert Kassanaras Insert Stark Insert ToSarPurple 92 Hertha Berisha Refractor Wir haben Becker auf 2,75 für Union Sheer Hunt Refractor Top Eleven Grifo Freiburg Subusly Auto Georena Refractor Holtmann Insert Knopf Refractor Auto Base Auto Musa Diaby 165 165 Ja 15 Fokus Wenn ich so genau In der letzten Musa Diaby 2 Boxen Das Läu 7 4 5 5 5 6 6 5 Ich habe mich sehr gut gemacht, aber ich habe mich sehr gut gemacht. Das war's für heute. Zwei Boxen noch. Marco Panos is the regular one, not normal. Viper, Rookie, Purple. Scherhund insert. Weinermann, Stuttgart. Tell, Refractor. Martl, Marco Reus insert. Burkhard, Refractor. Süde, insert. Romano Schmidt. Blue. Number two, 180. 180. Kunko Refractor. So was mine. 230. 230. Stuttgart. Ah, Stuttgart. Leipzig. Hadidu. Udukai insert. Zhiyong Refractor. There is the autograph. Bino Gittins Refractor Rookie. Upsa. Olmu insert. Viper insert. Olmu insert. Alright, Autograph. Let's see. What we get. We got. Base Auto. 4. Zidia and Fibook. Base Autograph. Not numbers. At least. Last books. Ooh. Last books already. Okay. Das war's für heute. Okay, hier we go, guys. Let's see, Haraguchi, Refractor, oh, there's the autograph already, hope you didn't see it. Limer Refractor, Grifo, Model, Blue, Matthias Pell, für Bayern, Blue Wave, 280, auf 180. Eidine Refractor, we have Durkee, für Union, auf 230, sharehunt insert, Tyrann Refractor, Lacroix insert, Tuta insert, Sanchez insert, Wirtz insert, Kaminski Refractor, Mokoku, 250, Sanchez 50, Dortmund, Sibiria Refractor, Schade Refractor, alright, that's autograph, guys, and that is, base auto it looks like, alright, for, wow, Sibiria in Leverkusen, and that is not numbered, alright, quick recap, guys, also kein schlechtes Case, denke ich, jetzt, glaube ich, nur eine 1 auf 1 getoppt, oder? Alright, quick recap of the better hits, Sibiria autograph für Leverkusen, Sibiria autograph für Freiburg, Diaby auto auf 165 für Leverkusen, Benjamin Henrichs auto to 150 Leipzig, Haraguchi gold Refractor 50, Ulrich auto für Stuttgart auf 165, Joe Skelly green auto Gladbach 99, Meiner Köln auto auf 150 und Dorsch auto auf 75, dann hatten wir Mavropanos base auto, Kevin Charley gold Refractor auf 50, wir hatten Pajinovic orange auto auf 25, Wonders of time, Andreas Brehme insert, dann hatten wir Alphonso Davies, Red Refractor, 4 of 5, 4 von 5 für Bayern, nice one, Dual auto, Burkhardt und Stach für Mainz auf 75 limitiert, und Wonders of time auto ist Matthias Sammer für den BVB Dortmund auf 50 limitiert, 17 von 50, Matthias Sammer, sehr coole Karte, that's it for the break guys, thanks again for joining, Hoops neck Der Prin, mackies